so hallo wir machen weiter bei einer runde das so heißt das spiel genau das let's play ist nach wie vor blind ich weiß nicht was dort diese herzanzahl ist aber ich glaube das ist glaube ich multiplayer online irgendwas das brauchen wir nicht und ja ihr habt euch habe ich glaube ich im letzten part schon gesagt weiß nicht ich habe keine ahnung was im letzten part gesagt das war so ein halb verschlafener part den ich einfach so notgedrungen kurz aufgenommen hatte weil ja weil halt ich gerade zeit hatte und gedacht habe ein part geht jetzt noch aber irgendwie war ich da doch sehr sehr weggetreten schon weil ich das gemerkt hat ich habe es jedenfalls gemerkt dass ich es mir angeschaut habe und gedacht habe oh mein gott wer ist das ich glaube ich habe es im letzten part schon gesagt falls nicht sage ich einfach noch mal ne falls nicht sage ich jetzt einfach zum ersten mal falls ja sage ich einfach noch mal ihr habt zu den blumen nichts weiter negatives gesagt das heißt wir lassen einfach die japanischen blumen andere fanden sogar ganz cool also insgesamt insgesamt keine stimme gegen die blumen insofern bleibt die blume 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 so ich hätte jetzt vielleicht kommt mir gerade ich hätte jetzt vielleicht sogar den ja wir gehen unter wasser kann ich das abzeichen noch wechseln abzeichen falscher mit ich kann es jetzt nicht mehr wechseln ja 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 komm wir gucken mal aber ich schätze wir brauchen das delphin abzeichen hierfür ich denke halt mit delphin abzeichen welche hier deutlich deutlich angenehmer unterwegs aber mein gott was soll's vielleicht ist es ja nur eine erleichterung und kein muss kann ja alles sein kommt darunter ach so komme ich darunter das ist aber nett das ist aber nett dass der mich darunter lässt ja gut vielleicht hat man dann so auch ein bisschen aua ich wollte sagen vielleicht hat man so auch ein bisschen mehr ruhe wenn man nicht so schnell schon hoha ich habe ein stern gefühl okay dann gehen wir doch mal gleich da hoch mit dem stern ja was ich für blöcke ständig finde es riecht nach mehr okay könnte daran liegen dass wir am meer sind so habe ich irgendwas verpasst ich hoffe nicht hier ist die röhre gewesen okay sehr gut dann ist alles easy alter schon wie es gibt so viele versteckte blöcke das ist ja krass aber krass ist vor allem dass wir die alle finden wir schwimmen und singen dass dir die ohren klingen alles okay da ist so ein ventilator ding kann ich ja okay ja gut unter wasser ist sicherlich die feuerblume auch nicht verkehrt dann lass mal yo ok ah ja ja gut das ist jetzt nicht das problem schätze ich oh shit oh shit nein ok schade aber muss man ja nicht schaffen so dann fehlt uns jetzt nur noch der samen die mädchen in irgendeine von den röhren kann man rein das ist ja keine Nee, in keine einzige. Wow, ich habe mir eine Zeit verschwendet. Okay. Wir gehen mal vorsichtig hier runter. Okay. Nein, 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 nicht in mein Gesicht springen. So, tschüss. Noch eine Feuer... Aber ich will jetzt nicht noch eine Feuerblume sammeln. Oh, hallo. Und dann ist mein Elefant im Dings weg. Was mich interessiert, ist der Samen. Der muss doch noch irgendwo jetzt sein, sag mal. Ha. Jetzt geht es hier aber schon wieder raus, oder was? Ja, hä? Wo ist denn dann der Samen? Ja, das kann ja nicht sein. Ach, scheiße. Das kann jetzt ja nicht sein. Oh, ich kann nicht mehr zurück. Oh, ist das mies. Oh, nee, jetzt habe ich den... Och, nee, jetzt ist alles vorbei. Ja, jetzt ist alles vorbei. Jetzt haben wir keine Fahne. Wir haben den Samen nicht. Ah, wir müssen ihn nochmal rein. Ach, warte. War das gar keine Feuerblume? War das der Samen? Ups. Ups. Gut, jetzt nochmal mit dem richtigen Abzeichen. Da ist es. Okay, dann habe ich jetzt keine... Keine Dings. Sondern... Den Delfin. Keine Mütze, sondern den Delfin. Okay. Let's go. Also dann gehe ich jetzt fast davon aus... ...dass der Samen genau dort ist, wo ich es vermutet hatte. Und ich das wieder Feuerblume gehalten habe, was aber der Samen war. Weil ich unfähig bin. Nein. Ja, guck mal, weil die leuchtet nämlich gar nicht, diese Feuerblume. Ich habe irgendwie... Äh, was habe ich denn dann da gesehen, dass ich da gedacht habe, das ist eine Feuerblume? Ich bin ja wieder völlig lost. So, hier waren wir. So, was kommt da jetzt raus? Das sieht aus wie eine Feuerblume, lol. Das ist einfach gar keine. Okay. Okay, dann geht's hier runter. Ach, das sind solche... ...Solche Marken, die ich einsammeln muss. Okay, alles klar. Jetzt muss ich aber da irgendwie hoch. Wie komme ich da ran? Ach, der frisst alles weg. Und da ist schon der OHM. Okay, ich verstehe. Der muss hier mir alles wegfressen. Na, dann mach hier mal dein Zeug. Aber hier drüben musst du auch noch kaputt machen. Nein. Sehr schön. Okay. Ja, jetzt haben wir das Richtige. Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Ich muss jetzt den letzten Sprung schaffen. Ich muss jetzt den letzten Sprung schaffen, damit ich die Fahne mitnehme. Ich habe ja keine Mütze mehr. Nein, 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 nein. Mach mir nicht mein... Oh, nee. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Einen Block hat er mir noch gelassen. Einen Block hat er mir noch gelassen. Cool. Okay, okay, okay. Okay, so. Wunderbar. Dann sieht das doch jetzt schon besser aus. Kriege ich hier wieder. Jawohl, eine Münze. Sehr gut. Und dann können wir jetzt hier die Pflanze... Dingsen. Dann let's go. Letztes Level in diesem Abschnitt. Klopp. Meereshöhle. Dann lassen wir mal den Delfin noch drin. Was? Ey. Es ist unglaublich. Es ist egal, wann ich... Es ist egal, was ich aufnehme. Egal, wann ich aufnehme. Da habe ich doch was gesehen. Wie komme ich da ran? Guck mal hier. Acht euch, ne Röhre. Okay. Durch ne Röhre komme ich da wohl ran. Aber dann wahrscheinlich durch die da hier, oder? Jawohl. Ui. Zack. Wow, du hast mich gefunden. Ja, aber du interessierst mich nicht. Die Münze hat mich interessiert. Okay. Oh, langsam, langsam, langsam. Jetzt ist er weg. Okay. Jetzt sind die Münze weg, an dir. Egal. So. Blummel. Sehr schön. Oha. Ja, das denke ich mir aber auch. Okay. Übertreibt. Oh Gott. Okay, diesmal kann ich da nicht rein. Oh, aber hier unten muss ich durch. Ja. Halt. Stopp. Was ist hier? Oh, cool. Nicht wichtig, aber kann man mitnehmen. Kann ich in die Röhre hier rein? Nein. Okay, da ist nochmal was zum Kaputtmachen. Hat gut geklappt mit dem Kaputtmachen. Aber dann ist hier bestimmt... ...nochmal irgendwas. Hä? Okay. Hä? Hätte ich jetzt nicht einfach warten können, bis das Ding wiederkommt? Oder muss ich das... Musste ich dem folgen? Wie auch immer. Der Pow-Block ist weg. Okay. So, hier ist bestimmt nochmal eine Blume drin. Sehr gut. Ah, ich kann die sogar jeeden. Das ist sehr schön. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Irgendwie gar nichts. Ja, okay. Wir haben hier gar nichts. Aber da haben wir was. Und hier runter haben wir was. Aha. Äh. Ja, und was ist da jetzt? Hä? Hä? Wofür? Oh, ich muss dem folgen. Ja, ich war wieder... Alles klar. Ach so, und die hält dann an an einer Stelle. Ja, okay. Oh! Das ist sogar der Samen diesmal. Oh, jetzt ist das Wasser weg. Ah ne, jetzt ist da das Wasser, wo vorher kein Wasser war. Mein Gott. Aua. Hier runter, oder was? Ja, tatsächlich hier runter. Ah, ne, doch. Doch nicht. Es hat so gewirkt. Das war aber leider eine falsche Wirkung. Okay, aber dann wissen wir jetzt... Wo wir den Samen herkriegen schon mal. Ah, und der hält also an. Ja, okay, ich verstehe. Der wäre wahrscheinlich dann da unten bei dem Rundkurs auch angehalten. Nein! Ich bin so im Pflaumen. Ach, komm schon. Jetzt muss ich nochmal ausgerufen. Jetzt muss ich nochmal ausgerufen. So. Let's... Oh mein Gott. Warum bin ich so dumm? Guck mal, hier kann ich hoch. Okay, da ist allerdings nichts Wichtiges. Also, nichts Wichtiges ist falsch, aber halt nichts. Warte, wir gehen wieder hier runter. Aber diesmal den richtigen Weg. Jetzt komm ich da nicht. Oh doch, ich komm da durch. Allerdings. Wow, das Level nimmt mich hops. Ich wollte gerade sagen, allerdings muss ich dem Stachelding noch ausweichen. Das hat leider nicht funktioniert. Aber jetzt wissen wir, wo die letzte Lila-Münze ist. Das ist auch was. So, diesmal nehme ich mich selber nicht hops und bleib hier unten. Ich bin... Ich bin... Äh... Oh mein Gott. Okay. Okay, jetzt haben wir die Münze mitgenommen. Ich hätte trotzdem gerne wieder... Power-Up. Sehe ich hier oben Power-Ups oder so? Oder ist hier oben die, die, die letzte... Die, die... Die letzte Blume. Wie viele Sterne hat das Level? Hat das mehr Sterne als sonst? Oder bin ich einfach näher? Einfach zwei Sterne. Ich bin einfach dumm. Ach, aber guck mal. Wir haben jetzt drei Lila Münzen. Das heißt, die Münze, die ich da drüben eingesammelt habe, bleibt gespeichert. Okay, ich muss die also nur einmal sammeln und dann bleibt die gespeichert. Das ist ja voll gut zu wissen. Das ist ja voll gut zu wissen. Das war knapp. Ja, aber wie gesagt, das ist, das ist voll gut. Weil, das bedeutet ja dann im Endeffekt... Ähm... Das ist ja, dass ich die... Ah, die gibt aber trotzdem nochmal Münzen. Also drei Stück hat sie mir jetzt trotzdem nochmal gegeben. Okay. So, aber ich muss doch jetzt hundertprozentig wieder hier hoch. Das ist doch kein... Kein Spaßweg hier. Das ist doch irgendein relevanter Weg. Ja, da ist das, was wir suchen. Sehr gut. Aber wird jetzt hier alles wieder normal? Oha, Tatsache. Okay. 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 Kommt da noch einer? Tatsache. Oh, aber jetzt gibt's Leben. Mh, schmeckt. Cool. Ich bin klatschnass. Ja, haben wir alles. Wunderbar. Abflug. Wenn man sich nicht komplett dumm anstellt, ist es ein schöner Abschnitt gewesen. So. Wunderbar. Ja, die Stachelkugeln haben mich echt ordentlich hops genommen. Die Stibitzkis, oder wie sie genannt wurden. Warum heißen die Stibitzkis? Stibitzen ist ja sowas wie Stehlen, aber wieso sind die Stachelkugeln Stibitzkis? Keine Ahnung. Da habe ich ja richtig Angst bekommen. Von Vögeln halte ich mich meist fern. Jetzt könnte ich wirklich eine Pause brauchen. Wie wäre es mit einem Einkaufsbummel? Okay. Okay. Alles klar, wir kaufen das Abzeichen. Ja. Ist in Ordnung. Wir sollen ein Abzeichen kaufen. Hallo. Na? Ja, Mensch. Noch deutlicher kann man es ja nicht machen. In den Leveln erscheinen Ausrufezeichenblöcke, auf denen du stehen kannst. Manche enthalten auch Items oder erfüllen einen anderen Zweck. Okay. Ja, dann. Let's go. Dann können wir auch gleich den Samen hier kaufen. Und. Sagen wir mal, wir kaufen immer fünf Aufsteller. Aber muss man jeden Einzelnen kaufen? Oh. Ist das dumm. Man muss jeden Einzelnen kaufen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis ich eins kaufe, was ich schon habe. Oder ob das überhaupt geht. Bisher natürlich. Ich meine, bisher kann es jetzt nicht sein, dass wir plötzlich etwas kaufen, was wir schon haben. Das müsste schon, das müsste schon sehr großes Pech sein. Okay. Reicht das mal wieder? So. Dann legen wir jetzt offensichtlich ja den Ausrufezeichenblock an. Zack. Ach lol. Warte mal. Man kann beide haben, oder was? Ach nee, das ist nur der Wechsel. Nee, man kann nur eins immer haben. Ja, okay. Aber offensichtlich soll ich das jetzt ja nutzen. Sonst würde mich das Spiel ja nicht so penetrant darauf hinweisen. Hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln. Okay. Aber woher weiß ich denn jetzt, in welchem Level das sinnvoll ist, dieses Ausrufezeichen-Ding zu nutzen und in welchem nicht? Oh. Ah, sind das die Ausrufezeichenblöcke? Ah, ich dachte, die sind blau. Wait, und wenn ich die jetzt nicht hätte, käme ich nicht hier hoch, oder was? Okay, ich bräuchte es auch jetzt nicht unbedingt, aber... Dann käme ich einfach nicht hier hoch, oder wie? Würde ich jetzt wissen? Okay, wir müssen das kurz testen. Sorry, Leute. Wir müssen das kurz testen. Wenn ich den jetzt nicht anlege, würde ich dann sehen, dass da Blöcke wären? Nee. Und ich wüsste auch gar nicht, dass ich da hoch kann. Oha. Oha, okay. Hä, aber woher... Also, aber wie... Also, aber... Also... Sagt mir... Pfff. Sehr interessant. Wahl des Prinzen? Achso, er wählt selber was aus. Ja, nee, ist in Ordnung. Ich meine, hier war es jetzt für mich offensichtlich, weil ich halt, äh, ne? Aber das heißt dann, man kriegt... Ah, ist ja echt komisch. Na gut, vielleicht klärt sich das noch in eurer Form. Da unten will ich ran. Wie komme ich... Achso, natürlich weiß ich, wie ich da rankomme. Ich kann ja... Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja so ne Schnecke nehmen. Oh mein Gott. Aber jetzt hab ich ne Schnecke. Oh, das hat's ja richtig gebracht. Oh nein, ich muss darüber... Nein! Aber da komm ich noch ran, da komm ich noch ran, da komm ich noch ran. Easy. Yes. Das ist gefährlich. Ich warte lieber hier. Alles klar. Nein, hier wär auch eins gewesen. Okay. Ah, sehr gut. Richtig und wichtig. Ich meine, man muss jetzt halt dazu sagen, bisher war keines von den Dingern wichtig. Also, keiner von den Ausrufezeichenblöcken war jetzt so, dass man sagen muss, äh, ohne den hätte ich was, was, was Relevantes verpasst, ne? Also, sie sind halt Bonus, aber man braucht sie wahrscheinlich nicht. Was ist das denn? Hä? Oh! Dann kann ich Blasen schießen. Kann ich damit so Gegner fangen oder was? Ah, okay. Interesting. Ich habe einfach einen Power-Up, aber keine Erklärung dazu. Oh, ah, okay. Ich kann selber auf die Pflanzen, auf die, auf die Blasen drauf. Wait, das heißt, ich kann... Warte. Oha! Oh mein Gott, damit lässt sich ja richtig viel Blödsinn machen. Oh, ich bin schon... Das war sehr smart von mir. Alter, mit dem Rest lässt sich ja richtig viel Blödsinn machen mit solchen Glasen. Natürlich komme ich da ran. Ach, lol! Ach, lol! Ich kann die durch die Wanschi. Okay. Okay, ist in Ordnung. Ich kriege noch eine. Alles klar. Was geht jetzt ab? Oh, jetzt machen wir hier ganz viele Ballon-Action-Sachen. Jetzt schießen die auch alle gefährliche Sachen. Also kann jetzt hier gerade gar nichts passieren, ne? Aber wo ist da jetzt die Schwierigkeit? Oh, das war ja fast wie so ein Entspannungslevel. Jetzt geht's wieder abwärts. Ja, okay, cool. Oh, mir fehlt aber die dritte Münze. Oh, nee. Och, nee. Wo war denn jetzt die dritte Münze? Oh, das ist nicht gut. Dann suchen wir jetzt wohl noch die dritte Münze. Oh, ich kann's mir denken. Ja, ich hab... Oh, no. Ich muss höher mit dem Ding. Ich muss... Ich muss hundertprozentig mit den Ballons höher als bis zu dem Samen. Ja, ich muss hundertprozentig höher... Ja. Kann ich damit auch Blöcke auslösen? Nein. Aber ich kann die als... Als Stinks benutzen. Krass. Also wirklich krass. Sehr interessant, auf jeden Fall. Sehr interessante Fähigkeit. Das war nicht so gut. Aber egal, an der Stelle. Ja. Also, wie gesagt. Ich vermute... Ich vermute... Halt, stopp! Die hab ich vorher nicht ausgelöst. Vielleicht ist auch da was drin. Ah, nee. Schade. Oh, die hab ich auch nicht ausgelöst da drüben. Oh, vielleicht hab ich einfach was verpasst. Ah, hier ist sie. Okay. Dann hat sich meine Theorie erledigt. Aber auch gut zu wissen. Weil ich wollte jetzt... Aber dann wundert's mich trotzdem... Dann hat man doch viel zu viel Zeit, um hier hochzukommen. Kann man höher als der Samen? Weil guck mal, das sind 90 Sekunden, die man Zeit hat. Und das ist ja nichts. Also, du bist ja einfach oben gleich. So. Kann ich noch höher? Nee, hier ist Schluss einfach. Ha. Okay. Ja, gut. Wie auch immer, wir haben's geschafft. Habe ich mir dazu kompliziert gedacht, aber es ist ja in dem Fall wurscht. Sehr schön. Dann haben wir jetzt alles geschafft in dem Level wieder. Dann können wir jetzt ja gucken, ob wir auch alle Abzeichen bekommen haben. Also, alle abgehakt sind. Oder ob wir irgendwelche Secret Exits verpasst haben könnten. Was ich nicht hoffe. So. Level. Nee, alles abgehakt. Wunderbärchen. Da darf ich noch nicht rüber. Warum auch immer. Der Weg ist zu weit. Das ist viel zu tiefes Wasser, als was man da durch kann. Und hier geht's dann nach oben in diese Wolkenwelt. Okay. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Tschüss.